So, hier ist die nächste Woche. Breakthrough Gamings Arcade. So, Space heißt das Spiel. Es gibt 10 Spiele jetzt im Moment und ja, hier ist das, was will ich jetzt, eine 4. oder 5. Wo ich vorstelle. Und ja, man kriegt schnell Trophäen und Platinen und ja, es ist ein Belieb-Spiel. 1 Euro oder was. Muss man das hier machen. Kann auch was man überhaupt machen muss. Aber man kann schließen. Ja, cool. Also, ich höre Space & Base, aber die darf man nicht abknallen. Okay, alles klar. So, da kann man, wie gesagt, jetzt live angezockt, naja, ist vielleicht durchgezockt, wer weiß. Einfach mal ein bisschen. Recht simpel, sieht doch simpel. Oh, ist es doch. So, kriegt man halt für Labels und für Score, also Punkte, kriegt man halt Trophäen. Wie gesagt, kann sein, dass sie gleich durchgepackt ist sogar. Erst Trophäe. Ah, da wird aber auch immer irgendwann schneller. Ah, ich wollte die auch haben. Die anderen Teile davon fand ich auch gut, wo ich bis jetzt nicht gemacht hatte. Kriegen wir, also jetzt, ah, hier, was? Also, da hat man ja noch Zeit, okay. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ich habe da drauf geachtet, ja, okay. Jetzt bin ich hier, also, jetzt habe ich hier, also, man kann auch hier manchmal cheaten. Wenn man hier im Menü nach oben hält, oder so, und dann X drückt, oder links und rechts, dann kommt man in einen anderen Level rein, aber durch kann es. Oder, ähm, was ist hier, unter Unbarkeit kann man auch machen. Wenn man nach unten hält und X drückt. Also, bei manchen Spielen davon wird wohl wahrscheinlich bei jedem Teil dasselbe sein. Also, er hat mehr Zeit, ja, alles klar. So, da. So, man hat ja Zeit, okay. Nicht darauf geachtet. So, keine Ahnung, wie halt man muss. Hier, bis Level 6 oder was, keine Ahnung. 7. Jetzt habe ich noch nach unten geachtet. Oh, ja, was. Ah, komm, geh jetzt weiter, Arsch. So, so. Hat mir mal Zeit übrig. Dann geht halt darum hier und ein paar Levels machen, und halt die Punkte. Er wartet halt schon. So, dann muss man es so mit erklären. So, mach ich mir da extra Campen. So, die kummigen anderen Wichser da darf man nicht treffen. Das war aber knapp. Ja, wird das hier nun angezockt, schlappelt, dass das hier jetzt durchzockt beim ersten Mal. Wieso fängt das wieder hier bei den, na egal, wieder Trophäe, tausend Punkte, also da. Ja, warum nicht, weg mit der Rakete und hoch mit dem Vogel. Oh, jetzt kommen die ja schon von oben, ne. Oh, ja, das war natürlich jetzt ärgerlich, na okay. Ja, na ja, mach ich hier nochmal Sheets, nach unten halt nix, gucken wir jetzt jetzt Unverholbarkeit oder was. Ne, auch nicht, ne, da kommen ja noch stärkere Gegner. Wie gesagt, die gibt es manchmal Sheets, was war ich da oben, halten, so jetzt müsste ich hier Level, was, fünf sein schon. Ja, Zeit gespart, das ist wahrscheinlich bei allen Spielen von der Reihe ist das so, dass man so die Tricks machen kann, nach oben halten, rechts, links oder unten, dann nix, in dem Menü und dann, ähm, ja, hat man Levelauswahl oder halt Unverholbarkeit, je nachdem, was das ist. War ja auch schon knapp, da, na, da muss da so ein Spaßliebier kommen, ey, wenn da alles nicht reingelaufen. Ah, ja, Level 5, na ja, na gut, dann sollte heute nicht sein, egal, ich gucke mal wieviel Trophäen ich hab, so, das war das Spiel, auch nicht gefallen, bleib nominieren und, ja, ich hab jetzt noch vier andere davon noch, zum Zocken, so, euch noch einen schönen Abend wunderbar, bis zum nächsten Mal wieder, tschüssi, bis dann.